Die Achsenmächte brauchen Stahl nötiger als alles andere. Ich habe meinen weiblichen Charme spielen lassen, woraufhin sie uns einen Vertragsbewurf geschickt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Fisch, Ananas und Kaffee. Haben wir überhaupt Kaffee-Plantagen? Das ist Banane, Mais, Zucker, Banane. Kaffee, Hamburg glaube ich gar nicht. Gewinne, Tabak, genau. Kakao. Der ist vom Mais? Ja. Dann nochmal Kaffee-Burkuchen, äh, das ist von Baumwolle. Ähm... Ja, was weiß ich... Was kann man was hier immer so hin? Hatte ich gesagt... So... So... Ebenso schnell bauen... Ebenso schnell bauen... Ebenso schnell bauen... Get loose, get loose... Get loose! Get loose! Get loose! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Altroist? Was ist denn ein Altroist? Agent? Taktiker? General? Viel zu viele. Guten Abend. Was hatten wir? Stöchen. Protestieren. Was wollen die? Ein Leuchtturm. Ah ne. So, die Frage ist nur, wo ich ihn hinbaue. So. Neues Leuchtturm. Neues Leuchtturm. No year. Wie heißt das? Wenn sie wenigstens protestieren, dann will sie ja was sie wollen. Wenn sie gar nichts machen, ist halt scheiße. Gemeinschaftshöhe, ja, schön. Was machen wir hier? Präsidente? Mittellos. Highschool. Ja, komm. Machen wir das. Machen wir das. Oh, wird aber. Let's go. Machen wir das. Als es geht, Hmm. Waschmaschine ist fertig, so ne Scheiße. Ich hab keinen Bock das Zeug aufzuhängen. Schwierig. Na wer... Mal entsehen die eine Delegation. Jetzt gehen wir auch in der Böotschaft rum. Alle Irren, wo haben wir? Achsen möchte. Delegation. Oh ne. Weißen. So. Tischmanieren. Ähm. Forschung. So weit hinten kann das gar nicht sein. Ah. Scheiße. Herr Präsident! Stoppen Sie die Forschung! Ja. 64% das Haut schon hin. Spulen wir mal ein bisschen vor. So 15 Monate, ja ist okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hübsch hübsch. Was kann man alles bauen? Stahlwerk hab ich. Schmuckfabrik. Schmuckfabrik. Fahrzeugfabrik. Schokoladenfabrik. 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 Dann teilt der Krieg. Ich dachte man könnte sich irgendwelche Infos anzeigen lassen oder so. Ein Casino. Ich kann ein Casino bauen. Sehr schön. Eine dissolve. Wir haben die Chance. Wir müssen den Ausgang der nächsten Wahl... Oh ne. Das Wahlergebnis ist da! Lassen Sie mich... Wow! Vielleicht nochmal um 6% gefallen die Umfallwerte. Jetzt gehen sie wieder hoch. Wie kann ich helfen? Die Revolution an Sie ist schon Belohnung genug. Doch wir pflücken auch gerne ihre Früchte. Kommunisten auf der Inde... Nee, komm, gib mal Ei. Ach, die wollten ja Strom haben. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja schwer. Schwierig. Das wird doch nicht mehr. So, schnell umbauen. Oh nee! Guck dir das mal an. Zu weit vom Straßennetz entfernt. Präsident, ich zittere. Sie... Oh nee! Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Zeit über mein Leben und meine... Hola, Tropico! Letzte Nacht ging's zwischen Marco und mir heiß her. Aber ich versichere euch, das einzige... Okay, auf!